Hallo und herzlich willkommen. Wir von sportwettenanbieter.com wollen euch heute die Seite des Online-Sportwettenanbieters BetIn präsentieren. BetIn ist ein eher junger Anbieter mit Lizenz aus Curaçao und es gibt hier solide Wettquoten sowie ein umfangreiches Zusatzangebot mit Online-Casino, Games und Poker. Wir starten hier direkt auf der Seite von BetIn, so wie sich dem Link von sportwettenanbieter.com folgend darstellt. In diesem Video wollen wir uns den Anmeldeprozess bei BetIn ansehen, eine erste Einzahlung auf unser Konto bei BetIn vornehmen und auch dann eine erste Wette platzieren. Um uns hier anzumelden, klicken wir einfach auf jetzt registrieren. Hier haben wir dann sehr schön übersichtlich die Registrierungsmaske, wo wir unsere Kontaktdaten eintragen, E-Mail, Adressdaten und hier unten dann natürlich ein Benutzernamen sowie ein Kennwort, ein Nickname, die Währung können wir uns hier einstellen, eine Sicherheitsfrage und dann müssen wir hier noch den Sicherheitscode eintragen sowie hier bestätigen, dass wir über 18 sind und die AGBs gelesen haben. Ja, direkt danach werden wir hier aufgefordert eine erste Einzahlung zu tätigen bei BetIn. Das ist ganz einfach, hier müssen wir dann natürlich auswählen. Hier gibt es Neteller, Banküberweisung und EcoPays. Das heißt, wir wählen jetzt hier mal Banküberweisung und gehen hier auf Weiter. Ihr folgt dann hier einfach dem weiteren Anmeldeprozess und bestätigt eure Eingaben. Danach habt ihr hier diese Startseite bei BetIn recht aufgeräumt. Um jetzt hier zu den Sportwetten zu kommen, geht ihr oben auf Sport. Wir sehen jetzt hier haben wir den Live-Bereich, der hier aktualisiert wird. Hier oben ist der Top-Sport, alle Top-Sportarten und dann hier weitere Sportarten. American Football, Baseball, Radsport, Darts, Unterhaltung, Golf, Motorsport, Rugby, Volleyball, Wintersport, sonstige. Sicherlich am interessantesten hier der Fußball mit 650 verschiedenen Spielen. Wir schauen uns jetzt mal an, was man hier zum Beispiel in der ersten Bundesliga sieht. Und hier haben wir sie auch gleich, die deutsche Bundesliga. Und hier seht ihr dann die nächsten Begegnungen. Hier zum Beispiel FC Schalke gegen Hoffenheim. Hier sind dann ganz klassisch die ersten drei, also Sieg für die Heimmannschaft, das Unentschieden oder die auswärts spielende Mannschaft. Dann gibt es hier doppelte Chance und jeweils die Quoten dazu. Wir gehen hier mal auf ein Unentschieden mit der Quote 4 und sehen hier rechts oben den ausgefüllten Tippschein, wo wir jetzt mal 10 Euro eintragen. Daraufhin ist hier der mögliche Gewinn natürlich 40 Euro und hier können wir dann auf Wette platzieren den Tippschein abgeben. Ja, was bietet sich noch auf der Seite von BetIn? Hier gibt es den Live-Bereich, da schauen wir auch mal kurz rein. Hier habt ihr beispielsweise das Spiel der Türkei, wo es zunächst gerade 3-0 steht. Hier oben gibt es dann noch den Casino-Bereich, Vegas, Spiele, Live-Casino, virtueller Sport, Games, TV und Aktionen. Ihr könnt euch ja einfach selbst mal auf der Seite umschauen. Dazu könnt ihr dem Link folgen, der gleich eingeblendet wird. Wir von sportwettenanbieter.com wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Tippen. Bis bald!